Wir haben hier Jana von der VHS Nordkreis Aachen und Herrn Gögel von der VHS Oldenburg. Jana, ganz kurz, deine Erwartungen an diesen Tag? Also ich verspreche mir von diesem Tag eine Aufbruchsstimmung, dass die digitale Lernwelt in allen Volkshochschulen Einzug hält. Das ist ja... Oh, Entschuldigung, hallo, hier wird über unser Kabel gestolpert. Wir arbeiten aber live am offenen Herzen sozusagen weiter. Herr Gögel, Ihre Erwartungen? Sie sind ja ganz schnell von einem Workshop in Oldenburg zur großstädtischen Tagung gefahren und jetzt hier gleich der Bundespräsident. Was sind Ihre Erwartungen? Ja, für mich ist es ja der erste Volkshochschultag. Ich finde das eine total spannende Veranstaltung. Ich kenne das aus anderen beruflichen Kontexten, dass solche Kollegenveranstaltungen ganz wichtig sind, um zu gucken, wie sind andere Regionen aufgestellt. Und Sie sagten, es ist ja gerade Dienstag noch Marketing-Workshops schon gemacht. Und ich erhoffe mir da einfach ganz viele Anregungen und Impulse, wie man das eigene Haus besser aufstellen kann. Wunderbar. Denn freuen wir uns auch auf einen gemeinsamen Abend. Die Party heute Abend. Da sind Sie beide auch da. Ja, die Volkshochschulen lassen es krachen. Ja, wunderbar. Ich danke Ihnen. Gut, danke. Bis dann.